Guten Tag und herzlich willkommen zur Videoreihe Coaches in der Gebäudeautomation. Mein Name ist Roland Wagner. Ich werde Sie durch diese Videoreihe begleiten. Aber ich bin nicht allein hier, sondern ich habe meinen Kollegen Ulrich Mayer mit dabei. Er ist Software Ingenieur und Spezialist für Gebäudeautomatisierungssysteme, hat also einen breiten Erfahrungsschatz als Softwarearchitekt, kennt alle Anforderungen der Gebäudeautomation und der entsprechenden Systeme, kennt auch die Tücken, die auftreten können, wenn man die einzelnen Gewerke automatisiert und er wird uns dann aus seinem Erfahrungsschatz auch berichten. Aber zunächst mal ein Überblick. Sie sehen anhand der Liste der Themen, dass wir eine ganze Reihe von Videos für die Gebäudeautomation vorbereitet haben. Ziel ist es, dass wir Gebäude automatisieren, die Coaches noch nicht kennen, mal einen Überblick verschaffen, welchen Nutzen sie aus dem Tool ziehen können. Andererseits wollen wir aber gleichzeitig automatisieren, die mit Coaches bereits arbeiten, mal die Möglichkeiten von Coaches innerhalb der Automation von Gebäuden vorstellen. Es liegt auf der Hand. Das Ziel von Gebäudeautomation ist es, Betriebskosten zu senken und den Energieverbrauch der Gebäude zu minimieren. Gleichzeitig kann man aber auch zusätzlichen Nutzen generieren, zusätzlichen Komfort und dabei spielt es keine Rolle, ob wir diese Automationssysteme in großen Gebäudenkomplexen verwenden oder aber in privaten Haushalten. Denn wenn ich als eine Lampe und einen Schalter hart miteinander verdrahte, da kann ich keinen zusätzlichen Komfort generieren, werden aber beide Informationen an ein intelligentes Subsystem geliefert, dann kann ich dort durch Software einen Mehrwert integrieren, zum Beispiel durch eine Bedienung oder durch eine Intelligenz, die in dieser Software drinsteckt. Darüber hinaus bietet die Gebäudeautomation weitere Möglichkeiten, zum Beispiel zur Zugriffskontrolle, zur Absicherung der Gebäude, aber auch um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu erhöhen. Und nicht zuletzt erleichtert diese Intelligenz in den Systemen dem Facility Manager oder anderem Servicepersonal die Wartung des Gewerks, sei es für ganz normale Updates oder aber auch im Fall von Fehlern, weil die Analyse leichter geht. Welche Systembestandteile können denn automatisiert werden? Das sind die primär anlagentechnischen Systeme, also Photovoltaik, Solarthermieanlagen und andere Einheiten, die erneuerbare Energien verwenden, aber natürlich dann Klimatechnik, Beleuchtung sowie Verstattungseinrichtungen. Zusätzlich lassen sich eine ganze Reihe weiterer Einheiten automatisieren, wie zum Beispiel Gebäudesicherheits- und Brandmeldetechnik, Systeme zur Brandbekämpfung, zur Entrauchung, Notfallbeleuchtung, zur Zutrittskontrolle, aber eben auch zur Raumautomation und zur Verbrauchsdatenerfassung. Dabei können wir sämtliche Komponenten in drei verschiedene Ebenen aufteilen. Da ist zum einen ganz unten die Feldebene. Dort erfassen wir durch Sensoren die Umgebungsbedingungen unserer Gebäude, unserer Räume oder greifen durch Aktoren ganz aktiv ein. In der Feldebene können auch komplexe Subsysteme angebunden werden, wie zum Beispiel Verschattungs- und Klimaeinheiten. In der nächsten Ebene, in der Automationsebene, da kommt dann die Intelligenz ins Spiel. Dort sind die Steuerungen, denn diese Steuerungen lesen die Informationen der Subsysteme aus und verarbeiten die Informationen intelligent natürlich und greifen dann durch Aktionen ein. Und ganz oben haben wir dann die Management-Ebene. Im Leitstand können dann Parameter erfasst werden oder auch gesetzt werden, um die Automation zu beeinflussen, oder es kann auch ein manueller Eingriff vorgenommen werden. Was unterscheidet die Gebäudeautomation von anderen industriellen Automatisierungssystemen? Da ist zum einen die lange Lebensdauer der Gebäude und nicht zuletzt wegen der langen Lebensdauer ist es natürlich häufig erforderlich, dass die Automationssysteme auch angepasst und erweitert werden müssen. Hinzu kommt, dass speziell im Zweckbau nicht immer in einem einzigen Baulos gearbeitet wird, sondern in verschiedenen Baulosen geplant und auch gebaut wird. Dazu kommt, dass oft verschiedene Gewerke zusammenspielen und das heißt, dass auch die Automationssysteme kollaborativ sein müssen zwischen diesen einzelnen Gewerken. Sie müssen also die unterschiedlichen Einheiten miteinander einbeziehen, um ein Gesamtsystem automatisieren zu können. Zum Schluss die Frage, welche Akteure sind beteiligt? Ganz klar, zum einen sind es die Hersteller der Aggregate und Subsysteme, also auch der Sensoren, Aktoren und der Sub-Einheiten, Komponente wie Lüftungsgeräte, Wärmepumpen, Gebläse, Konvektoren, Brandschutz- und Entrauchungsklappen sowie noch weitere Einheiten und Subsysteme. Darüber hinaus gibt es Hersteller von Gebäudeautomationssystemen, die sich selbst gerne als Komplettanbieter sehen, die aber meistens selbst auf Subsysteme dann wieder zugreifen und die als Gesamtsystem anbieten. Aber letztlich sind es dann die Systemintegratoren, die durch Auswahl der einzelnen Einheiten oder des Gesamtsystems dann die komplette Funktionalität festliegen und die letztlich durch die Intelligenz, die sie selber reinstecken, in die Software dafür sorgen, dass aus dem Gesamtsystem ein automatisiertes System wird. Es ist ganz offensichtlich, dass alle diese drei Akteure ganz unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse haben. Darauf gehen wir dann später ins Detail ein. Aber zunächst mal die Frage, auf welche Standards treffen wir denn in der Gebäudeautomation? In welche Ebenen können wir die Gebäudeapplikationsentwicklung einteilen? Einfach deshalb, damit wir vom Gleichen sprechen. Und nicht zuletzt die Frage, welchen Nutzen bringt das Software-Tool Coaches Ihnen beim Engineering in den jeweiligen Ebenen? Dazu Herr Mayer, bitte. Ich möchte in den nächsten Minuten einiges zum Thema Standardisierung Gebäudeautomation sagen. Die Ebenen der Applikationsentwicklung kurz vorstellen, indem wir dann später die Code-Sys-Features, die in der Gebäudeautomation eine signifikante Rolle spielen, gut einordnen können. Zum Thema Standardisierung ist grob Folgendes zu sagen. Standardisierung ist etabliert in folgenden Bereichen. Erstens die Definition oder klare Beschreibung der Aufgabenstellung eines Automatisierungsprojektes. Da ist im Wesentlichen die VDI 3814 Blatt 1 zu nennen, die durch schematische Darstellung der Anlagenschemen und sogenannte Funktionslisten den Freitext, der üblicherweise von einer Ausschreibung ausgeht, ergänzt und formalisiert, dass er darstellt, was die Aufgabenstellung des Projektes eigentlich ist. Ähnlich ist VDI 3813 Blatt 2 konzipiert, ist für den Bereich Raumautomation spezialisiert. Ein weiterer Bereich, der eine etablierte Standardisierung aufweisen kann, ist die Bewertung der Ergebnisse der Gebäudeautomation, wie zum Beispiel die DIN V18 599-11 und ganz offensichtlich die Kommunikationsprotokolle, die in der Gebäudeautomation eine Rolle spielen, sind alle in den entsprechenden Standards wohl definiert wie BACnet, OPCR, KNX, Modbus und auch KNOPEN. In einer ganzen Menge Bereichen, wo man sich eine Standardisierung wünschen würde, ist leider nichts Adäquates etabliert. Ganz offensichtlich die Bereiche Automationsfunktionen und Algorithmen, Technologien zur Implementierung von Gebäudeautomation, außer IEC 6131-3 im Bereich HMI und auch schematische Anlagendarstellungen vermissen Standardisierung außer den genannten VDI 3813 und 14. Ich würde im Nachgang noch ein Beispiel bringen über eine Standardisierung, die nicht vollständig den notwendigen Zweck erfüllt. In dem Fall also LON mit seinen Standard-Netzwerkvariablen-Typen und den sogenannten LON-Mark Functional Profiles. Für all die, die noch nicht mit LON gearbeitet haben, ein kurzer Überblick. LON standardisiert die sogenannten Standard-Netzwerkvariablen-Typen, ein LON-Works Network Service zur Verwaltung von LON-Geräten, deren Konfiguration und Binding zwischen Netzwerkvariablen. Ich würde erstmal was zu diesen Standard-Netzwerkvariablen-Typen sagen. Also im Standard sind mehr als zwei Netzwerkvariablen-Typen definiert. Das Binding, also die Verbindungen zwischen Funktionen, erfolgt zwischen sogenannten Netzwerkvariablen der einzelnen Geräte und dieses Binding ist nur für typgleiche Netzwerkvariablen möglich. Damit ergibt sich die Schwierigkeit aufgrund der großen Vielfalt der Netzwerkvariablen-Typen, dass der Hersteller eines Gerätes immer die Auswahlschwierigkeit hat, welchen Netzwerkvariablen-Typen er verwenden sollte, um eine bestimmte semantische Information zu übermitteln. Wenn man dann schaut, dass es für zum Beispiel einen Temperaturwert drei Netzwerkvariablen-Typen unterschiedlicher numerischer Auflösung gibt, kann man sich die Schwierigkeiten schon grob vorstellen. Gut, das ist im LON-Standard so definiert. Die Hersteller kommen damit weitgehend zurecht. Es führt halt mitunter dazu, dass Geräte eine etwas umfänglichere Schnittstelle haben, als sie eigentlich müssten. LON-Works Network Service zur Verwaltung von LON-Geräten, deren Konfiguration und Bindings stellt einen technischen Quasi-Standard dar, der seinen Zweck erfüllt. Es ist eine kleine Serverarchitektur mit einer integrierten Datenbank, wird eingesetzt, soweit alles gut. Schwierig aus meiner Sicht sind die LON-Mark Functional Profiles. Diese definieren eine Schnittstelle eines LON-Objektes. Ich würde es mal an einem Beispiel illustrieren. Ein sogenannter Space Comfort Controller Fancoil, den man sich ungefähr als ein Controller-Baustein vorstellen kann, der dafür vorgesehen ist. Eine Fancoil Unit zu automatisieren, verfügt in der Definition in seinem LON-Mark Functional Profile über 37 Eingangsvariablen, von denen 36 optional sind, 33 Ausgangsvariablen, wovon 31 optional sind, 33 Konfigurationsparameter, 90 Seiten Beschreibung, davon 80 Seiten für die Ein- und Ausgangsvariablen und Konfigurationsproperties, 5 Seiten Verwendungsvorschläge, aber Inhalte zur Funktionalität des Objektes sind in diesem Dokument leider nicht vorzufinden. Das ergibt für den Hersteller eines solchen Geräts die Schwierigkeit, selbst diese Definition treffen zu müssen und führt im Umkehrschluss dazu, dass diese Geräte, die dasselbe LON-Mark Functional Profile implementieren, in keinster Weise interoperabel oder austauschbar sind, sodass schlussendlich dieses Konzept des LON-Mark Functional Profiles aus meiner Sicht als reines Marketing-Label fungiert und von der wirklichen Standardisierung an dieser Stelle nicht zu sprechen ist. Ich möchte jetzt gerne die Ebenen der Applikationsentwicklung kurz skizzieren. Im Bereich der Softwareentwicklung von Netzwerkprotokolle ist also bekannt das OSI-Modell in Verwendung und einer der wesentlichen Aspekte dieses Modells ist, dass die sprachliche Kommunikation zum Thema dadurch klar wird. Also es ist leicht möglich, über diese Aspekte zu kommunizieren, denn ein solches Modell fehlt in der Gebäudeautomatisierung bei der Applikationsentwicklung. Deswegen versuche ich mal ein solches Modell zu skizzieren, um nachfolgend dann die Code-Sys-Features, die in der Gebäudeautomation bedeutsam sind, dadurch einordnen zu können. Ich würde das jetzt in sechs Ebenen aufteilen. Auf der untersten Ebene finden sich einfache Aktoren, einfache Algorithmen und Sensoren. Auf der nächsten physikalische Berechnungen, Regelalgorithmen, schon komplexere Aktoren. Auf einer Ebene drei Aggregate oder komplexere Regeln und Steuerstrategien, wie zum Beispiel Ladeentnahmesteuerung von thermisch aktivierten Bauteilen oder eine HX-geführte Regelung. In der Ebene vier komplexe Aggregate, wie zum Beispiel Raumlufttechnische Geräte oder Kraft-Wärme-Kopplungs-Aggregate oder Absorptionskältemaschine. In der Ebene fünf würde ich Anlagen als auch eine Einzelraumregelung von der Komplexität einordnen. In der Ebene sechs Anlagen übergreifende Optimierstrategien. Ich würde jetzt gerne die Code-Sys-Features, die im Bereich Gebäudeautomation bedeutsam und wichtig sind, kurz vorstellen. Und einordnen in die Gebäude-Automations-Pyramide, die wir vorhin im Verlauf schon kurz dargestellt haben. Wir werden im Verlauf des Webinars über die Programmierung in Structure-Text und CFC sprechen. Wir werden den Application Composer vorstellen. Safety am Rande kurz erläutern. Code-Sys Trend-Log und Alarming vorstellen und demonstrieren. Code-Sys OPC UA und Code-Sys HMI. Wir werden den Automation Server kurz erläutern. Code-Sys Backnet detailliert vorstellen und einige Feldbus-Protokolle wie Modbus, CanOpen und KNX auch detailliert demonstrieren. Zurück zu den Ebenen der Applikationsentwicklung. Die Programmierung in Structure-Text ist im Bereich Gebäudeautomation schwerpunktmäßig in den Ebenen der Applikationsentwicklung 1 bis 3 anzusiedeln. Selbstverständlich kann man auch komplexe Applikationen, gesamte Anlagen oder anlagenübergreifende Optimierungs- und Steuerungsstrategien in Structure-Text realisieren. Ich würde allerdings für die Ebenen 3 bis 6 bevorzugt CFC einsetzen. Ganz einfach, weil diese komplexen Ebenen dadurch eher profitieren, dass man den Steuerfluss als auch den Datenfluss klar sichtbar in CFC formulieren kann und damit der Überblick über die Komplexität deutlich besser gegeben ist. Der Application Composer setzt seine Schwerpunkte in den Ebenen 4 und 5, wo es darum geht, komplexe Aggregate oder gesamte Anlagen zu komponieren, wo eine hohe Anzahl von Varianten auftreten kann. Dort hat er seine Schwerpunkte und dort ist er auch besonders effektiv einsetzbar. Das Software-Tool CodeSys enthält viele Eigenschaften, die Ihnen bei der Realisierung von Gebäudeautomationsaufgaben hilfreich und nützlich sein können. Das wollen wir Ihnen in der weiteren Reihe der Videos genauer vorstellen, aber ein kurzer Ausblick vorab. Sie können mit CodeSys natürlich die Aufgabenstellung projektieren oder programmieren, in Betrieb nehmen und vorab optimieren. Darüber hinaus sogar die ganze Anlage warten und bedienen. Dazu enthält CodeSys eine Reihe von Editoren, die das komfortabel möglich machen und logische Bausteine, sogenannte Funktionsbausteine, die einen Teil an Intelligenz schon enthalten. Gleichzeitig können Sie sowohl als Hersteller als auch als Anwender des Systems solche Funktionsbausteine selber erstellen. Das Tool bietet alles, um das tun zu können. Darüber hinaus gibt es ein Zusatztool, das sich integrieren lässt, der sogenannte Application Composer. Das Ihnen hilft, die gesamte Applikationsprojektierung noch zu vereinfachen, indem Sie lediglich verfügbare Module zusammenbauen und daraus Quellcode erzeugen, generieren. Aber wir werden Ihnen noch zeigen, wie Sie mit Hilfe der Funktionen die Anlage ganz einfach überwachen können, wie Sie Echtzeitprotokolle nützen können, um Daten auszutauschen zwischen anderen Gewerken, anderen Steuerungen oder sogar mit der Cloud. Und falls Sie selbst Hersteller von Aggregaten für die Gebäudeautomation sind, dann zeigen wir Ihnen auch, welche Schritte notwendig sind, um Ihre Aggregate mit Codesys kompatibel zu machen. Das heißt, dass Sie mit Codesys projektiert und programmiert werden können. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Wir beide würden uns freuen, wenn Sie ein bisschen Nutzen daraus ziehen können und wenn Sie natürlich auch in die weiteren Videos dieser Reihe reinschauen würden oder wenn Sie sich sogar gleich den ganzen Codesys YouTube-Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 ケter